Bhagavad Gita Vers 3.20 Selbst Könige wie Janaka erreichten die Stufe der Vollkommenheit, indem sie ihre Pflichten erfüllten. Daher solltest du, allein um die Menschen durch dein Beispiel zu lehren, deiner Pflicht nachkommen. Erklärung Viele Könige, wie zum Beispiel auch Janaka, waren selbstverwirklichte Seelen. Folglich waren sie nicht verpflichtet, die in den Veden vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen. Dennoch führten sie alle vorgeschriebenen Aktivitäten aus, um den Menschen ein Beispiel zu geben. Janaka war der Vater Sitas und der Schwiegervater Sri Ramas. Als großer Geweiter des höchsten Herrn war er in der Transzendenz verankert. Da er aber zur gleichen Zeit König von Mithila war, ein Bezirk der Provinz Bihar in Indien, musste er seine Untertanen darin unterweisen, wie man in einer Schlacht ehrenhaft kämpft. Er und seine Untertanen kämpften, um die Menschen zu lehren, dass in einer Situation, in der wohlgemeinte Argumente nichts nützen, auch Gewalt notwendig ist. Vor der Schlacht von Kurukshetra war, selbst vom höchsten persönlichen Gott, jede Anstrengung unternommen worden, um die Schlacht zu vermeiden. Doch die Gegenseite war zum Kampf entschlossen. In solch einem Fall ist es also notwendig, um der gerechten Sache willen zu kämpfen. Obwohl ein Mensch, der sich völlig im Krishna-Bewusstsein befindet, kein Interesse an der materiellen Welt hat, handelt er dennoch, um die Öffentlichkeit zu lehren, wie man leben und sich verhalten sollte. Im Krishna-Bewusstsein erfahrene Menschen können in einer Weise handeln, dass andere ihnen folgen werden. Dies wird im folgenden Vers erklärt. Antoinette